So, wir haben heute eine Begehung gemacht in der Königs-Super-Sorge mit dem Innenminister Jachim Herrmann, unserem Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl und natürlich mit Michael Frieser, meinen Kollegen im Nürnberger Süden. Insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Bund, Land und Kommune, was mehr Sicherheit in unseren Straßen betrifft, ob das die Beleuchtung ist oder ob es vor allem auch die Videoüberwachung ist. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass diese Zusammenarbeit zwischen Bund, Land und Kommune so funktioniert und dass wir hier eine deutliche Verbesserung der Sicherheit hinbekommen. Jachim, du hast 1,5 Millionen Euro auch als Zuschussmittel in die Stadt Nürnberg gegeben, um hier die Möglichkeiten der Videoüberwachung auszubauen. Herzlichen Dank dafür. Ich denke, es ist eine deutliche Verbesserung. Ja, ich freue mich, dass in der Stadt Nürnberg jetzt zum einen in der Fuhrbahn die Videoüberwachung und die Kredite der Sicherheit der Fachkräfte deutlicher ausgebaut wird. Immerhin 5 Millionen, die in den nächsten fünf Jahren hier in die Hand genommen werden, vom Stadt Nürnberg von der VHG in die U15. Und der Freistaat Bayern zahlt 1,5 Millionen dazu. Hier in der Königstorpassage ist es umgekehrt. Da macht die Polizei auf Kosten des Freistaats Bayern das unmittelbar selbst. Hier geht es darum, die Sicherheit für die Passanten, die hier durch die Königstorpassage gehen, zu verbessern. Hier haben die Körperverletzungsdelikte, Drogendelikte. Und man sieht jetzt die neue, hochmoderne Videoüberwachung und die verstärkte Präsenz nennen und bei der Polizei. Wir hören dazu, dass die Delikte zu machen sind. Heute im Termin mit dem weißen Innenminister, mit Sebastian Bremer als Fraktionsvorsitzender und Bundestagskandidat und mit einem Abgeordneten machbar war, um die Frage Videotechnik in der Königstorpassage nochmal sich zu Gemüde zu füllen. Wir haben die Rahmenbedingungen geändert, der Freistaat Bayern stellt das Geld ein, die Kommune entscheidet zusammen mit der Polizei, wo diese Videokameras angebracht werden. Das ist Sicherheit durch Stärke, wie der Freistaat Bayern es den anderen Bundesländern vormacht.